Moin Leute, neuer Tag in Malta, 6. Mai, so schau ich aus mit Justin, heute fahren wir wieder irgendwo ein paar Städte kennenlernen, danach haben wir drei Stunden Schule und danach haben wir glaube ich Freizeit oder weiß nicht, müssen wir dann schauen, ob wir dann unternehmen. Nein, dann schau ich was ich machen werde, das ist der Plan bis jetzt für heute und ja, wir sehen uns dann, ciao. Bis zum nächsten Mal. 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 Ich werde noch nicht mehr. Bitte alle auf Yappi! Yappi on fire! Jonas, wenn sie stand frei! Yappi on fire! Jonas, wenn sie stand frei! Yappi on fire! Jonas, wenn sie stand frei! Yappi on fire! Ja, ich will euch! Sven, du bist der einzige... Sven, du bist der einzige, der singt. Soll ich den Arme fallen?